Schönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute eine kleine Fahrradtour vor. Wir wollen um den Vorgensee fahren. Dazu haben wir in der Nähe von der Tiegelbergbahn geparkt. Ein paar von uns sind da sauber holen gegangen. Vielleicht machen wir das nachher, wenn wir wieder da sind. Weiß ich noch nicht genau. Wir starten Richtung Norden sozusagen auf der Ostseite des Sees. Wir wollen dann eben einmal um den Vorgensee fahren. Das ist heute super Wetter mal wieder und wir freuen uns auf. Hier sieht man schon schön in vorn. Mit dem Alpen. Tegelberg direkt hinter mir. Einfach toll. das ist jetzt so die Uhr. Die Neunstern, dann alle zwei Videos dazu entschieden. Ich schon wieder an dem adaptationen. In Community läuft darüber einfach aus. So, wer kauft mir was im Ambra-Kardabra-Kiosk? Ja, nicht so. Das sieht doch aus. Das ist die Forgensee. Ihr seht, wir sind hier mal an der Landstraße auf ein kurzes Stück. Der hat sich hier vorgelegt. Ich bin hier an der Landstraße auf dem Platz hier. Alles? Keinem. Ich bin hier an der Landstraße. Ich bin hier an der Landstraße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.